Und offensichtlich war das wohl so eklig genug für das Geschäft unter mir, dass sie jetzt gerade die Bürgersteig der Hochdruck reinigen. Warum auch immer, als ich da ferngeknauf bin, war nix. Ich kenne jemanden, der saugt seine Einfahrt mit dem Staubsauger. Auch sehr gut. So, wo wir hin? Wir sind aber gleich vor uns, ne? Den Fliegerhorst. Oh, da ist Bambles da wieder. Mit seiner Rotte, mit Chiron. Und Daryl. King, King Bright und Panaxx, keine Ahnung was. Wir haben den Ripple. Wir haben diesmal mehr Spieler bei uns. Ja. Offensichtlich ist das Spiel der Meinung, wir sind... ...würdig, mehr Spieler zu haben. Neun Spieler haben wir bei uns im Team. Das sind fast alle. Das heißt, wir kriegen wenig Punkte, aber gewinnen auf jeden Fall. Ja, so nach dem Motto. Aber ich brauche, wie gesagt, ich brauche nur 200 Punkte. Ja, ich will möglichst viele Punkte haben, weil hier kriege ich noch doppelte Erfahrung. Oh. Auf der Kiste. Ich habe meine schon weg. So, da ist der AO-192. Ich habe die weniger Bock. Kannst du dir vornehmen? Ja, ich bin jetzt nur in einer schönen, wendigen Kiste und mit schweren Fliegern kann ich nicht so gut fliegen. Hauptsache, der andere Depp fliegt mir rein. Folgt uns. Also fast. Wieso brenne ich denn jetzt schon wieder? Ähm, diese schweren Kanonen machen... ...un kräftig Brandschaden. Ich weiß, dass ich irgendeinen Idioten an meinem Rücken habe. Ich kann aber auch nichts daran ändern. Ach, Mann. Abgeschossen von einer Skur. So ein Schrott-Flugzeug. Das ist immer ein schöner Rücken. Übrigens kann man Feuer löschen, indem man schnell hin und her manövriert. Ah, nice. Ich werde direkt in der Mitte spawnen. Mach das. Ich spawne Strömungsabriss. Geil. Ja, so ist das halt. Wenn du noch nichts fliegst. Ich finde es übrigens sehr geil, dass die Bombersteller sind als ein Jäger. Ja, ja. Wie sich das gehört. Gut, ansonsten hast du rein vom Matchmaking keine Chance mit dem Spiel. Bomber. Außer du kommst halt in einer großen Rotte... Ähm, naja, nicht mal Rotte, sondern eine Staffel an. So. Rää. Nimm den doch schon raus, Mann. Ich bin nicht schnell genug, um ihn anzuvisieren, weil er doch über mir fliegt. Und ich kann nicht schneller werden, weil mein Boost aus ist. Ich feite gerade mit meinem Double aus dem Gegnerteam. Das ist sehr witzig, weil wir beide den gleichen Wendekreis haben. Das ist... Ja. Ich versuche gerade in den Bomber da knapp über mir zu kommen. Aber ich komme nicht ran, weil er zu hoch fliegt. Jetzt beschießt er mich. Und mein Piloten ist versetzt. Hast du eigentlich schon den amerikanischen Bomber gesehen mit den vier Propeller-Triebwerken? Nein. Das müsste die Flying Fortress sein. Das ist ein 8er. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. So, nutzen wir mal einen ersten Hilfekasten. Dann habe ich mein Verbrauchswerkzeug auch mal verwendet. Ich wusste gar nicht, dass ich einen dabei habe. Naja, das müsste wahrscheinlich die Flying Fortress sein. Sag mal, wieso habe ich genau so einen gleichen Wendekreis wie dieser blöde Bomber? Und wieso drehen wir uns gerade gegen... Es gibt keine gute Punktzahl für mich. Schwere Ärger sind einfach nichts für mich. Nein, er hat einen besseren Wendekreis. Der Bomber. Der Bomber. Natürlich. Dann schieße ich halt mit meinem Hecktoten drauf. Vor allem, ich komme nicht auf seine Höhe. Was fliegt denn der für einen? Ein Dreier. Ich habe einen Vierer Jäger. Der Bomber, denke ich so. Ja, weil der nehmt mich gleich raus, wenn es so weitergeht. Wunderbar. Nein, ich wollte da nicht pingen. Ich schieße die ganze Zeit mit meinem Heckturm drauf, wenn ich vorbeifliege. Was? Ja, jetzt haben wir noch einen Motorschaden. Die blöde Skur hat einen kleineren Wendekreis als meine Mini-Maschine. Ich meine, das Gute ist, ich beschäftige den Bomber gerade so stark, dass der keine Chance hat, irgendwas zu bomben. Das ist auch nicht schlecht. So, da ist wieder mein Double. Das wird wieder richtig witzig werden. Ich komme aber trotzdem nicht auf seine Höhe. Dass ich mal mit meiner Frontbewaffnung beschieße. Weiter so, wir haben es fast geschafft. Wo ist denn der blöde Gegner hin? Bin ich dumm oder blind? Oder beides? Nein, 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 kein Strömungsabriss. Ja, ich kann drauf schießen. Ich kann auch schießen. Jetzt nicht mehr. Strömungsabriss, ich kann nicht mehr drauf schießen. Ich habe fünf Schadenspunkte gemacht. Das lohnt sich. Nein, was mache ich denn nicht? Der ist komplett dumm. Oh, er rammt mich schon wieder. Mann, was ist denn mit ihm? Junge. Ich fliege mal, ich habe hier keine Chance. Wir haben Berichte über sich schnell verschlechternde Wetterverhältnisse erhalten. Unterstöpfung muss bald eingestellt werden. Haben Sie verstanden? Ach, jetzt werde ich aber von Jägern gejagt. Alles klar. Der Bomber hat seine Mission trotzdem geschafft. Gute Arbeit. Wir erwarten auf Ihre Rückkehr. Ich habe ein Luftziel zerstört. Geil. Und ein Brunnenziel. Mehr habe ich in diesem Spiel nicht gemacht, außer diesen Bomber zu jagen. Wunderbar. Und ich kam einfach nicht auf Höhe. Auch das. Vielen Dank.